Die 10 schädlichsten Lebensmittel, die deine Darmwand zerstören unter Darmbeschwerden wie Blähungen, Reiz, Darmdurchfall, Verstopfung oder auch Bauchkrämpfen leiden ca. 70% aller Menschen, so eine aktuelle Studie einer Belgischen Universität. Und viele dieser Beschwerden hängen mit dem löchrigen Darm zusammen, dem sogenannten Leaky Gut. In diesem Video erzähle ich Ihnen genau, um was es sich bei diesem Leaky Gut Syndrom eigentlich handelt und durch welche Lebensmittel es ausgelöst werden kann. Und außerdem sprechen wir darüber, welche Auslöser außer Lebensmitteln es sonst noch gibt und was die besten Heilmittel sind, wenn sie unter einem Leaky Gut Syndrom leiden. Schauen Sie sich das ganze Video an, denn ich kann Ihnen eins versprechen, es wird super, super informativ. Was der Aufbau eines Holzmöbelregals aus einem schwedischen Möbelhaus mit ihren Darmzellen zu tun hat, das klären wir gleich nochmal genauer. Aber um die Störungen des Darms mal genauer verstehen zu können, brauchen wir etwas Grundverständnis für dieses Ökosystem Darm. Es ist ein biologisches Wunderwerk, ein eigenständiges Organsystem und ich vergleiche dieses Organsystem gerne mit einem super Komposthaufen. Denn im Wesentlichen passiert genau das Gleiche, was in Ihrem Komposthaufen im Garten passiert, denn Lebensmittel werden durchfermentiert. Das heißt, wir essen Lebensmittel und am nächsten Tag kommt bei uns schon der Biokompost, der Stuhl heraus, das fertige Brikett. Draußen dauert es natürlich länger, bei uns dauert es 24 bis 36 oder 48 Stunden. Und das Ganze wird dann realisiert von 500 bis 1000 verschiedenen Darmbakterienarten. Ungefähr 10 Billionen Darmbakterien haben wir in uns. Die machen ungefähr so eine Biomasse von 1,5 Kilogramm aus. Und unser Vorteil ist dann im Gegensatz zum Komposthaufen im Garten, dass wir noch andere Verdauungsorgane haben, die mit ihren Verdauungssäften natürlich dazu helfen, dass dieser Prozess sehr, sehr beschleunigt, dieser Verdauungsprozess sehr beschleunigt stattfindet. Jetzt muss es natürlich eine klare Grenzlinie zwischen der Außenwelt und der Innenwelt der Organe geben. Und klar, wenn wir Menschen von außen anschauen, dann ist es eindeutig, das ist die Haut, gar kein Problem. Aber im Inneren des Körpers sind es die Schleimhäute. Und im Prinzip ist das System ganz, ganz einfach gebaut. Sie können es so vergleichen wie mit einer Schutzwand, die Sie bauen wollen aus Ziegelsteinen. Denn wir nehmen da einfach Steine, wir nehmen Mörtel oder Beton und verbinden die Steine miteinander und wir haben eine schöne Schutzschicht. Wenn wir das Gleiche mit Holz machen würden, dann könnten wir das so bauen, dass wir einfach mit Dübeln arbeiten und mit Holzleim und das Ganze verbinden. Doch was machen wir, wenn es sich um super, super glitschige kleine Zellen handelt? Wie können wir denn die fest miteinander verbinden? Und hier ist das System des Holzdübels nicht weit entfernt. Denn wir haben natürlich kein Holz im Körper, sondern Eiweiße. Und diese Eiweiße, die können Sie vergleichen mit einem Holzdübel. Sie heißen Tight Junctions. Und die halten die beiden Darmflächen nebeneinander wirklich fest verbunden. Es sind kleine Eiweißdübel, sodass sich das kleinste Molekül nicht mehr daran vorbeidrängen kann. Und wenn wir dann so eine schöne Schicht aufgebaut haben, dann bauen wir natürlich noch ein paar Türen ein für Gäste, die willkommen sind, beispielsweise Mineralstoffe oder Vitamine oder Eiweiße. Wir nutzen also sogenannte Transporter, kleine Türen, damit wir die Türe immer geregelt aufmachen können. Und damit keiner reinkommt, der nicht reingehört, stellen wir noch ein paar Türsteher auf, damit unser System nicht überrannt wird. Die Türsteher, also im Wesentlichen des Immunsystems, die sorgen dann dafür, dass potenzielle Eindringlinge dann gar nicht reinkommen in unser schönes Darmsystem. Und dann nutzen wir noch einen Trick aus dem Mittelalter, was im Mittelalter das heiße Pech war, dass man über die Feinde von der Burgmauer geschüttet hat. Da haben wir noch ein perfideres System im Darm. Wir bauen einfach eine super glitschige, klebrige Schicht und schützen so unsere Darmzellen, sodass die Feinde dann auch schön festkleben bleiben und sich nicht weiter bewegen können. Und dann können wir sie gut bekämpfen. Und diese Aufgabe, die hat der Darmschleim, der sogenannte Mukos in uns, der sorgt dafür, dass im Prinzip die Feinde verzögert hier festkleben. Und die Bakterienschicht, die ist sehr, sehr wichtig, denn diese Bakterienschicht, die bildet diesen Darmschleim, diesen Mukos und das Ganze können Sie sich dann so vorstellen, wie der rote Teppich bei den Filmfestspielen in Cannes, wo eben die Stars dann drüber wandern. Die Stars, die dürfen rein. Die Paparazzi und die Bösen, die bleiben dann von den Türstehern draußen. Jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem Begriff löchriger Darm. Denn viele Menschen, die denken fälschlicherweise, dass der Darm dann tatsächlich Löcher hat, dass da Löcher hineingeraten sind. Aber ersetzen Sie mal das Wort Löcher durch Spalten, denn das trifft es im Prinzip viel genauer. Das bedeutet, stellen Sie sich einmal vor, dass es unsere schönen Dübel raushaut. Das heißt, diese Dübel, die fallen dann plötzlich weg. Und es gibt wirklich Lebensmittel und viele, viele Toxine, die diese Dübel zerstören können. Und dann haben wir zwischen den Darmwänden eben einen kleinen Spalt. Und das ist das eigentliche Leaky Gut-Syndrom. Das heißt, dort haben wir dann die Funktion der Türsteher aufgegeben. Das bedeutet, Feind kann eindringen, potenziell giftige Substanzen, Nahrungspartikel, auch Hormone, Immunpartikel. Das Nervensystem kann geschädigt werden durch bestimmte Toxine und so weiter. Also unverdaute Nahrungspartikel, Toxine, zu große Eiweiße, all sowas, Chemikalien kann dann eindringen. Und das hat dann im Prinzip Auswirkungen aufs Hormonsystem, aufs Immunsystem, aufs Nervensystem, aufs Fortpflanzungssystem, aufs Atmungssystem. Und das ist aber noch lange nicht das Ende aller Probleme, wenn wir dann ein Leaky Gut-Syndrom erworben haben. Und schauen wir mal auf die Folgeerkrankungen vom Leaky Gut-Syndrom. Ein absoluter Wahnsinn. Starten wir unten beim Darm. Allergien, Zöliakie, Dysbiose bedeutet starke Störung der Darmbakterien. Das heißt, Fäulniskeime kommen hoch, die guten Keime, die gehen zurück, Blähungen und so weiter, ein riesengroßes Problem. Das gipfelt dann in einem SIBO, in einem Überwucherungssyndrom, wenn die schlechten Fäulniskeime dann aufsteigen in den Dünndarm, wo die Menschen dann mit massiven Gasbildungen zu tun haben und vielen, vielen weiteren Symptomen. Und dann haben wir natürlich noch die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Gehen wir weiter zur Leber, denn die Fettleber hängt auch mit dem Leaky Gut-Syndrom zusammen, auch die Leberzirrhose. Warum ist das so? Weil der Großteil des Blutes, das aus dem Darm kommt, wird von der Leber im Prinzip gewaschen, gereinigt. Und wenn wir eine Überlastung des Darmes haben, wenn die Filterfunktion oder die Schutzfunktion des Darmes nicht mehr gegeben ist, dann erwischt es letztlich auch die Leber. Und die Leber bekommt eine zu große Aufgabe, sie kann die Aufgabe nicht bewerkstelligen. Und wir bekommen dann im Prinzip eine Entzündungsreaktion rein und es können dann eben diese Erkrankungen auftreten. Leberzirrhose, Fettleber bei zu hoher Fruktose auch und so weiter. Und dann Hepatitis, auch die alkoholische Hepatitis bei zu viel Alkohol oder die primär Bileire Cholangitis. Das ist im Prinzip eine Erkrankung der Gallenwege. Und dann, was viele Menschen nicht wissen, Herzinsuffizienz. Also das schwache Herz kann auch mit Leaky Gut-Syndrom zusammenhängen. Und auch die Lunge kann reagieren. Asthma, allergisches Asthma, COPD, chronische Entzündungszustände der Lunge. Es gibt da so einen schlauen Spruch, der heißt, alle Schleimhäute hängen zusammen. Also die Lungenschleimhaut mit der Darmschleimhaut. Das ist im Prinzip hier die Verwandtschaft zu diesem Krankheitsbild. Und dann viele, viele Probleme mit dem Gehirn. Das chronische Fatigue-Syndrom, also chronische Müdigkeit, Depression, Schizophrenie. Hier gibt es x Studien zu diesen beiden Erkrankungsbildern zum Leaky Gut-Syndrom und dem Darm. Autismus, auch Alzheimer, auch Parkinson und Demenz. All das wird diskutiert. All das wird auch derzeit in der Wissenschaft untersucht. Also viele, viele Forschungseinheiten forschen an diesem Thema. Und dann kann es bis zum Nierenversagen gehen, aber auch schwerer Typ Diabetes 1 und 2 hängt zusammen mit dem Leaky Gut-Syndrom und auch Pankreatitis vom schwereren Typ. Also wir wollen das Leaky Gut-Syndrom auf jeden Fall vermeiden. Schauen wir jetzt mal auf die Lebensmittel, die dieses Leaky Gut-Syndrom auslösen können. Und man mag es kaum glauben, wir essen immer mehr Zucker in Europa, beziehungsweise die Verfügbarkeit von Zucker wird immer besser. Die durchschnittliche Zunahme der Verfügbarkeit von Zucker und Süßigkeiten in Kalorien pro Person pro Tag während der letzten vier Jahrzehnte stieg im Mittelmeerraum um 145 Prozent und in Mitteleuropa um 123 Prozent. Und Griechenland hat sich ganz aufgegeben, denn Griechenland hatte den stärksten oder traditionell den stärksten Index für diese mediterrane, gesunde Ernährungsweise, sprich wenig verarbeitete Lebensmittel, dadurch weniger Kalorien, mehr Ballaststoffe. Und da gab es den sogenannten oder gibt es den sogenannten mediterranen Angemessenheitsindex, wo man eben ausmessen kann oder benennen kann, wie gut oder wie schlecht sich ein Volk an diese mediterrane Ernährung hält. Und am stärksten ist dieser gesunken in Griechenland, nämlich um 63 Prozent, obwohl es die eigentlich super, super gemacht haben. Da werden halt auch immer mehr energiereiche und süße Produkte angeboten und dann mit Handkuss genommen. Und diesen Trend sehen wir auch in China. China explodiert regelrecht mit Zucker. Und was ist das Problem? Zucker, zu viel Zucker stört das Gleichgewicht zwischen den Bakterien und fördert auch das Pilzwachstum. Es fördert das Wachstum der falschen Bakterien, der Fäulniskeime. Und wenn die dann an der Macht sind, dann haben wir im Prinzip dieses Leaky Gut-Syndrom oder die Gefahr, ein Leaky Gut-Syndrom auszubilden. Erst kommt es zu Bauchschmerzen, zu Durchfall, zu Blähungen und so weiter. Die Darmschleimhaut wird gereizt. In erster Linie ist es dann die Fehlbesiedelung dieser Bakterien, die das auslöst. Das heißt, wir haben eben diese Einfachzucker oder Zweifachzucker aus Weißmehl beispielsweise. Wir sollten das Weißmehl wegtun. Wir sollten einfach biologisch essen. Wir sollten vollwertig essen, Gemüse und so weiter, all das Ganze. Aber das Problem ist, Ballaststoffe blähen. Viele Menschen mit Darmproblemen, die essen dann aus diesem Grund keine Ballaststoffe. Und dazu sage ich Ihnen gleich nochmal was, wie man das Ganze löst. Glucose, also der reine Traubenzucker, der gelangt in den Dünndarm. Der Blutzucker steigt natürlich. Die Bauchspeicheldrüse setzt Insulin frei. Es gibt uns einen Energieschub. Deswegen lieben wir diesen Zucker so sehr. Aber die Auswirkungen auf den Darm, die sind halt einfach dramatisch. Das heißt, die Schleimhäute werden durch zu hohen Zuckerkonsum nicht mehr ausreichend geschützt. Und wenn es dann eben ganz vorangeschritten ist, wenn die Fäulniskeime dann im Dünndarm sind, wenn sie in den Dünndarm aufgestiegen sind, dann haben wir das sogenannte SIBO. Und dann haben sie eine regelrechte Gasexplosion auf Zucker. Also Zucker tut dem Darm nicht gut. Weg mit dem Zucker. Bleiben wir nochmal beim Zucker genauer beim Fruchtzucker. Denn Fruchtzucker in hohen Mengen ist schädlich für die Darmflora. Das bedeutet, in normalen Mengen sicherlich kein Problem. Ab und zu ein Stückchen Obst. Aber wenn Sie meine Videos schon länger verfolgen, wissen Sie, Fruchtzucker muss in der Leber verstoffwechselt werden. Und Fruchtzucker ist einer der ganz, ganz problematischen Auslöser für die Fettleber. Und es macht auch ein riesengroßes Problem dieser Fruchtzucker im Darm. Denn was passiert genau? Wir haben ja unsere Darmbarriere und wir haben unsere Türsteher und wir haben unsere einzelnen Transporter. Das heißt, wenn wir also eine kleinere Menge an Zucker zu uns nehmen, dann können wir die über die Glucosetransporter oder über die Zuckertransporter problemlos aufnehmen. Der Verkehr ist praktisch geregelt. Der Türsteher schaut sich jedes einzelne Molekül an und sagt, okay, kein Problem, du darfst rein. Wenn wir eine große Menge Zucker zu uns nehmen, dann helfen tatsächlich die Tight Junctions, also unsere Dübel, mit. Das bedeutet, der Zucker, der kann sich also vorbeimogeln an den Türstehern und versucht zwischen den Darmzellen hindurchzutreten. Aber hier gibt es ein Problem. Das bedeutet, dieser Zucker oder der Fruchtzucker, der wirkt dann tatsächlich darauf ein, dass unsere kleinen Dübel, unsere Tight Junctions lockerer werden und er kann die Darmbarriere regelrecht überwinden. Und es gibt noch ein zweites Problem. Das bedeutet eine Entzündungsreaktion. Also Fruktose kann Entzündungsreaktionen im Darm machen und das hat dann auch wieder Leaky Gut zur Folge. Und das Dritte ist natürlich, genauso wie der normale Zucker, ist es einfach das schlechteste Futter für die Darmbakterien selbst. Und wenn die Darmbakterien außer Dritt kommen, haben wir auch wieder Entzündungsreaktionen. Die Folge ist dann Leaky Gut. Und welche Nährstoffe oder Nahrungsmittel hängen damit zusammen? Natürlich in erster Linie mal Fruchtsäfte, Apfelsaft, Traubensaft, Fruchtsäfte allgemein. Am schlimmsten noch Fruchtnektar. Der darf nämlich nochmal 20 Prozent zusätzlich Zucker enthalten. All das sind Dinge, die einfach sehr, sehr viel Fruchtzucker enthalten. Ebenso wie bestimmte Obsttorten, beispielsweise die grünen kernlosen Trauben, die wir ja so lieben. Die haben ungefähr 16 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Die zählen zu den zuckerreichsten Früchten überhaupt. Die gesteigerte Form sind dann die Rosinen, wo man sich dann mal so eine Hand schnell mal reinfuttert. Oder beispielsweise auch Bananen enthalten relativ viel Gramm Zucker, 17 Gramm Zucker, also sechs Stück Würfelzucker pro Banane. Aber auch Kirschen, richtig zuckerreich und dann so gute Sachen wie Mangos oder Ananas. Die beiden Exoten, die haben auch so 12 Gramm Zucker, ungefähr pro 100 Gramm. Und dann haben wir natürlich auch noch Äpfel, wo der Fruktosegehalt dann extra hochgezüchtet wird, wie beispielsweise die Pink Ladies. Und ich finde, das ist einfach so ein Verbrechen am Verbraucher. Warum? Man sagt immer, ja, Obst ist gesund, Äpfel sind gesund und so weiter. Und der, der sich nicht tiefer damit beschäftigt, der bringt seinen Kindern dann die Pink Lady Äpfel oder die halt hochgezüchteten Sorten mit. Und die Kinder essen die gerne und derweil essen sie eine richtige Zuckerbombe. Was wäre denn besser? Besser wären natürlich Beeren beispielsweise oder auch Wassermelonen oder Zitrusfrüchte. Und ebenso schlecht wie Zucker ist unser drittes Lebensmittel, sind schlechte Fette und Pflanzenöle. Denn Fett ist ein maßgeblicher Risikofaktor für die Entwicklung von Leaky Gut. Es gibt also Studien bei fettreicher und zuckerreicher Ernährung westlicher Zivilisationskost. Gibt es x Studien, die eben zeigen, dass hier Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Reizdarm und eben auch Leaky Gut-Syndrom dann nach oben schnellen. Und in einer Studie hat man hier gezeigt, dass wenn man auf so eine Ernährung wechselt, dass es im Prinzip umgehend und sofort zu einer Durchlässigkeit des Darmes kommt, beziehungsweise die Flora umgehend sofort gestört ist. Außerdem kommt es umgehend und sofort zu Entzündungsprozessen. Das heißt, diese hohen Fettmengen, die falschen Fette, die wirken sich dann nachteilig eben auf die Festigkeit unserer Dübel, der Tight Junctions aus. Die fördern dann barrierezerstörende Zytokine. Das heißt, einfach Entzündungsstoffe, die dann diese Verbindung attackieren. Die heißen TNF-Alpha, Interleukin-6, Interferon-Gamma und so weiter. Und die Abnahme der schützenden, barrierebildenden Zytokine, Interleukin-10 oder Interleukin-17, die nehmen dann ab. Es kommt dann einfach zu so einer Entzündungsreaktion. Und schließlich moduliert dann noch eine fettreiche Ernährung die Zusammensetzung des Darmschleims negativ. Das heißt, wir berauben uns dann letzten Endes unseres Tricks, nämlich, dass die Schlechten so richtig kleben bleiben und der Darmschleim wird immer schlechter. So, jetzt ist die große Frage, welche Fette sind denn gut und welche Fette sind denn schlecht? Und hier sind es die Omega-6-Fettsäuren, die übermäßig viel Alpha- und Gamma-Linolensäure enthalten. Das heißt, Boric-Öl beispielsweise, auch Nachtkerzenöl, wird für viele jetzt überraschend sein. Und was momentan ja in der Szene sehr, sehr beliebt ist, Schwarzkümmelöl. Auch das hat einen riesengroßen Nachteil für die Ausbildung eines Leaky Gut-Syndroms. Ich weiß, Schwarzkümmelöl wird gern genommen. Es unterdrückt zwar Entzündungen, fördert aber Leaky Gut. Das sollte man wirklich bedenken. Der Gehalt in Leinöl und Hanföl ist okay. Das heißt, normale Mengen an Hanf und Leinöl ist überhaupt gar kein Problem. Das waren die schlechten Nachrichten. Jetzt kommen wir aber zu den guten Nachrichten hinsichtlich Ölsorten. Und hier sind es mal wieder die guten Omega-3-Fettsäuren, EPA, DHA, die eben hier die Darmflora richtig fest und dicht wieder miteinander verschrauben. Auch diesbezüglich ist die Studienlage eindeutig. Also denken Sie bitte immer an Ihre Fischölkapseln oder an Ihre Algenölkapseln oder an Ihren Algenöl, wie Sie es auch immer einnehmen mögen. Und viele Menschen lieben ihre Milchprodukte, aber es gibt genauso viele Menschen, die reagieren empfindlich auf Milchprodukte. Und ich spreche jetzt nicht über die Laktoseintoleranz, sondern über eine Reaktion auf die Milcheiweiße in erster Linie auf Casein. Und dieses Casein oder diese Milcheiweiße, dieser Mix, der kann einen undichten Darm fördern. Hier gibt es viele Studien und zahlreiche Hinweise drauf. Vor allem wird auch das Weglassen der Milch als eine Behandlungsoption bei Kindern mit Autismus und Schizophrenie diskutiert. Also hier gibt es doch eine sehr, 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 sehr große Interessenslage, um diesen Kindern zu helfen. Und hier wird wirklich offiziell auch Leaky Gut-Syndrom und die Milcheiweiße richtig in der Wissenschaft untersucht und nicht so knapp. Eines der größten Probleme ist, dass wir die Milch natürlich pasteurisieren. Das heißt, die wird kurzzeitig erhitzt, um die Bakterien abzutöten. Aber dadurch verändert es natürlich auch die Enzyme. Die Bakterien, auch die guten werden getötet und die Eiweiße verändern sich. Also das ist ein Problem. Letztlich, dass wir unser Eiweiß dann noch verändern. Diese Struktur der Eiweiße. Milchprodukte, roh oder fermentiert, sind kein Problem. Joghurt, Kefir, Buttermilch und solche Dinge, die scheinen kein Leaky Gut-Syndrom zu fördern. Auch ein guter Käse, der sollte auch kein Problem sein. Aber eben die Empfindlichkeit auf die veränderten Eiweiße von Menschen, die ändern sich. Also pasteurisieren hat im Prinzip Vorteile, hat aber auch eben Nachteile. Und viele Menschen vertragen das dann nicht so richtig. Und wie gesagt, Käse okay. Aber achten Sie wirklich auf eine sehr, sehr gute Qualität. Und möglichst wenig verändert diese Milchprodukte. Im 20. Jahrhundert hat sich die weltweite Weizenproduktion etwa um das Fünffache erhöht. Und es ist ein Stoff, der hier eine besondere Rolle einnimmt, nämlich das Klebeeiweiß Gluten. Das Brot und das Gebäck, die werden knuspriger und es macht es lockerer. Steckt in zahlreichen Getreidesorten. Weizen, Roggen, Dinkel, Einkorn, Gerste beispielsweise. Aber nicht nur das Gluten ist das Problem, sondern ein Molekül, das Gliadin. Das könnte für den Menschen problematisch werden. Natürlich werden es sicher viele, viele Menschen problemlos vertragen. Aber es wird durchaus diskutiert, ob die Veränderungen des Weizens tatsächlich über die Jahre mehr Beschwerden in uns auslösen können als die älteren Weizensorten. Ich weiß, dass der Gehalt an Eiweiß generell sich vermutlich etwas nach unten bewegt hat über die Jahrhunderte. Aber Gliadin, dieser Stoff, der wird heiß diskutiert. Und es gibt noch einen zweiten Stoff, der heiß diskutiert wird, das ist die sogenannte mikrobielle Transglutaminase, MTG abgekürzt. Das ist ein Klebeeiweiß, das gentechnisch hergestellt wird und mit diesem Klebeeiweiß wird in der Lebensmittelindustrie wahnsinnig viel gemacht. Beispielsweise kann man mit diesem Klebeeiweiß die Textur und das Aussehen eines Lebensmittels verändern oder verbessern. Man kann die Härte und Haltbarkeit von Fleisch verbessern. Man kann die Härte von Fischprodukten verbessern. Man kann die Textur von Milch oder auch von Käse, von Milchprodukten verbessern oder auch von Süßigkeiten verändern. Man kann den Kaloriengehalt damit absenken und man kann auch in der Backwarenindustrie die Textur und das Volumen der Backwaren damit verbessern. Und das Problem ist, dass man mit diesem Klebeeiweiß dann verschiedene Eiweiße, verschiedene Proteine zusammenkleben kann. Das verändert dann die physikalische und chemische Struktur dieser Eiweiße, die wir im Prinzip nicht gewöhnt sind. Und was jetzt noch als ganz neues Special dazukommt ist, dass man Nanomoleküle damit vernetzen kann. Und das Bundesamt für Risikobewertung schreibt, Ihnen ist das Ausmaß dieser Verwendung dieser mikrobiellen Transglutaminase noch gar nicht so bekannt. Und es fehlen die Daten für die Langzeitwirkung und so weiter. Aber generell steht in der Wissenschaft zumindest, besteht der Verdacht, dass Allergien und auch Glutenintoleranz damit in Verbindung stehen könnten. Und wir müssen davon ausgehen, dass dieses Enzym weiterverwendet wird und dass man da mehr noch damit macht. Häufig lese ich dann unter meinen Videos, Sie reden ja alles schlecht, was soll ich denn überhaupt noch essen? Und Sie sagen uns nie, was wir noch essen können. Also grundsätzlich mal, wenn Sie keine Probleme mit Ihrem Darm haben und einfach Sie nachweislich gesund sind und nachweislich gesund bleiben wollen, dann nutzen Sie doch einfach die mediterrane Diät. Den Link finden Sie hier unter diesem Video. Denn die mediterrane Diät, wenn man sie richtig macht und nicht in dieser veränderten schlimmen Form, wie wir vorhin gehört haben, ist die mediterrane Diät, Punkt um, die am besten untersuchteste und gesündeste Ernährung der Welt. Wenn Sie Darmprobleme haben, dann wird es schon schwieriger, weil natürlich die ganze Bandbreite der Probleme so groß ist. Angenommen, Sie haben ein normales Darmproblem, sprich Sie haben Fäulniskeime und diese Fäulniskeime haben Ihre normalen Keime verdrängt. Dann ist das Problem, dass der pH-Wert nicht mehr stimmt, dass die Enzyme nicht mehr richtig funktionieren. Das heißt, Sie könnten Blähungen auf Eiweiß bekommen, Sie könnten Eiweiß nicht mehr richtig gut vertragen, Sie könnten Blähungen auf fette Speisen bekommen oder Verdauungsstörungen. Und Sie werden sicherlich massive Probleme bekommen auf Dinge, die Ballaststoffe enthalten. Und dann wollen Sie sich eigentlich gesund ernähren, aber das schaffen Sie nicht mehr. Das heißt, hier wäre die Lösung dann, dass man einfach Enzyme einnimmt. Auch hier Link unter diesem Video. Viele flüchten sich dann in eine Extremernährung. Beispielsweise ist ja gerade die reine Fleischernährung, die Carnivore-Ernährung der Ober-Oberheilsbringer. Wenn Sie es nicht kennen, vergessen Sie es gleich wieder. Das sind Menschen, die essen nur noch Fleisch, nichts anderes mehr. Und wenn Sie ein Darmproblem haben, dann ist es ziemlich unintelligent. Das sehen wir dann gleich noch im Verlauf des Videos. Das Problem ist ganz einfach, wir brauchen die Ballaststoffe, damit der Darm wieder funktioniert. Es ist auch völlig klar, wenn jemand Ballaststoffe nicht verträgt und dann nur auf eine reine Eiweißernährung geht, dass es ihm besser geht. Das ist keine große Verwunderung. Und das Dritte, was ich Ihnen noch ernährungsmäßig ans Herz legen möchte, und es ist immer schwierig, wenn man keinen Darmtest gemacht hat, dann weiß man nicht, was ist da unten in mir eigentlich los, welche Ernährung soll ich dann wählen. Auch hier verlinke ich Ihnen nochmal einen Darmtest, damit Sie das mal rausfinden für sich. Und das wäre die Footmap-arme Ernährung. Das bedeutet, diese ganzen komplexen Ballaststoffe, die nehmen wir einfach raus aus der Ernährung. Aber, ich kann Ihnen sagen, nach so vielen Jahren Erfahrung, die Ernährung ist nicht der Schlüssel zur Lösung Ihrer Darmbeschwerden. Punkt aus. Die Ernährung ist nur eine logische Konsequenz aus den Darmbeschwerden, was Sie dann vertragen und was Sie nicht mehr vertragen. In den allermeisten Fällen wird es so sein, dass nicht die Ernährung die Ursache der Darmbeschwerden ist. Es ist natürlich klar, wenn Sie eine Glutenintoleranz haben, Gluten essen, das nicht wissen, dann kriegen Sie die Darmbeschwerden. Wenn Sie eine Laktoseintoleranz haben, dann kriegen Sie natürlich den Durchfall auf Milchprodukte. Aber für die meisten Menschen, da baut sich das ja langsam auf und die Folge von diesem Darmproblem, das ist im Prinzip dann, dass wir die Ernährung verändern müssen. Und Ziel ist natürlich immer, dass wir wieder alles essen können. Das heißt, im Prinzip müssen Sie wissen, was ist da unten am Darm los, wie kann ich dieses Darmproblem lösen, wie kann ich meinen Darm wieder in Ordnung bringen, damit Sie dann die Lebensmittel, die Sie nicht vertragen, wieder essen können. Bleiben wir aber nochmal ein bisschen bei den schlechten Lebensmitteln für den Darm. Und hier ist ganz klar, Fastfood zu nennen, frittiertes Essen, Transfettsäuren, natürlich Mangel an Ballaststoffen, Ungleichgewicht der Darmbakterien wieder zu nennen. Und die Transfettsäuren, die sind halt einfach super schlecht. Warum? Ihnen fehlt die Verzweigung. Sie sind einfach nur geradlinig gebaut. Und gerade Verzweigung ist das, was wir in unseren Zellwänden benötigen. Und hier hat man eine große Studie gemacht mit über 1400 Teilnehmern. Dort haben die Wissenschaftler festgestellt, dass stark verarbeitete Lebensmittel in Verbindung mit dem Aufbau von schädlichen Darmbakterien steht. Und besonders eben wieder die fetthaltigen Lebensmittel mit den einfacheren, stark schädlichen Fettsäuren, Transfettsäuren, auch Lebensmittel mit tierischem Ursprung, die sorgen dann dafür, dass sich so eine schlechte Darmflora dann ganz, ganz schnell aufbaut. Die Darmflora, die bildet dann Entzündungsstoffe, die bildet die Giftstoffe und das führt dann unweigerlich in einen Reizdarm oder in ein Leaky Gut Syndrom hinein. Ebenso ist Alkohol ein Auslöser für Leaky Gut Syndrom, denn Alkohol verändert die Tight Junctions, unsere Dübel. Es ist nicht der Alkohol direkt, sondern es sind eher die Abbauprodukte, das Acetaldehyd und das Acetat. Acetat ist ja auch eine kurzkettige Fettsäure des Darms, das bedeutet, wir bringen damit unser Darmmilieu, auch das, was die Darmflora zum Fressen kriegt, an Futterangeboten bekommt, deutlich durcheinander. Und das Problem ist dann, wenn Sie noch natürlich Alkohol mit etwas anderes kombinieren, wenn Sie eine schöne Brotzeit machen, wo Alkohol mit dabei ist, ein Bier beispielsweise oder ein Glas Wein, wenn Sie dann histaminreiche Sachen zu sich nehmen, wie Schinken, wie Salami und so weiter und dann noch ein schönes Bauernbrot und Sie schon angeschlagen sind, dann gibt es eine schöne, richtige, explosive Knallmischung. Das heißt, das Ganze kann Ihnen dann richtig schön angären und um die Ohren fliegen. Der Gebrauch von Lebensmittelzusatzstoffen in Europa nimmt dramatisch zu. Hier handelt es sich um Chemikalien, um naturfremde Substanzen, die den Lebensmitteln zugesetzt werden, als Fraßschutz, als Pilzmittel, als Konservierungsmittel und so weiter. Und für viele nützliche Darmbakterien sind diese Mittel einfach tödlich. Und dann lese ich immer wieder die Kommentare von belehrenden Lebensmittelchemikern, so nach dem Motto, ich hätte keine Ahnung von der Sache. Ja, Sie in Ihrem weißen Kittel in Ihrer Industrieproduktion vor der Mischmaschine sehen die Probleme nicht. Ich in meiner Praxis sehe sie vor allem bei zwei Dingen. Und das Ganze ist auch wissenschaftlich abgesichert, was ich hier sage. Emulgatoren sind das eine Problem und Tenside das andere Problem. Genauer sind es die Saccharose-Monoester-Fettsäuren. Sehr, sehr beliebte Zusatzstoffe in der Lebensmittelindustrie. Und die lösen uns unsere Dübel auf, die sogenannten Tight Junctions. Und einer der Hauptakteure weltweit in der Verwendung dieser Emulgatoren in der Lebensmittelindustrie ist Japan. Die haben also mit den höchsten jährlichen Umsatz von diesen Emulgatoren. Und die haben eins gemacht. Sie haben geschaut in ihrer Lebensmittel- und der Getränkeherstellung, haben sie ein erhöhtes Auftreten von Morbus Crohn nachgewiesen, korreliert exakt mit dem verstärkten Verwenden von diesen Emulgatoren. Zweifelsohne lässt sich sagen, dass diese Auswirkungen von diesen chemischen Substanzen auf die Integrität der Tight Junctions bewiesen ist und dass hier die Lebensmittelindustrie einfach nachbessern muss. Und ein Wunderwerk der Lebensmittelindustrie, auch wenn es ihr Dorf Metzger macht, ist verarbeitetes Fleisch, also Wurst. Konservierungsmittel trifft auf Geschmacksverstärker, auf hohen Salzgehalt, auf tierische Fette, auf gesättigte Fettsäuren, auf Arachidronsäure, auf keine Ballaststoffe. Und die Internationale Agentur für Krebsforschung, die hat Wurst, also verarbeitete Lebensmittel, als krebserregend eingestuft. Es steht auf der gleichen Stufe wie Nikotin. Und das Problem ist, rotes Fleisch und auch Wurst, das verändert die Darmbakterien. Ich weiß, die Fraktion der Karnivorernährung wird wieder aufschreien, aber bitte machen Sie sich darüber Gedanken, wenn Sie keine Ballaststoffe zu sich nehmen, von was leben eigentlich Ihre Darmbakterien. Und ich freue mich, wenn Sie 15 oder 20 Kilo abgenommen haben, zweifelsohne. Wir hatten aber die gleichen Ergebnisse mit auch anderen Diätformen, die ballaststoffreich sind in der Vergangenheit, in der Gegenwart. Und wir werden sie auch in der Zukunft haben. Also überprüfen Sie bitte wirklich, was Sie da machen mit einer starken, fleischlastigen, ketogenen Ernährung oder sogar mit einer Carnivorernährung. Ja, und es klingt unglaublich, aber Salz schädigt auch die Tight Junctions und erhöht die Durchlässigkeit des Darmes. Man schätzt auch oder man vermutet, dass die zunehmende Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen mit dem Salzkonsum in Verbindung steht. Was passiert hier? Hier werden die CD4-T-Zellen verändert oder auch die TH17-Zellen können durch zu hohen Salzkonsum verändert werden. Man hat auch herausgefunden im Mausmodell, dass bei einer multiplen Sklerose durch eine höhere Menge an Salz in den Lebensmitteln der Mäuse dann dazu geführt hat, dass über TH17-Zellen die Schädigung der Nervenzellen rascher voranging. Also bitte befolgen Sie die Ratschläge, salzen Sie nicht so viel, schränken Sie Ihren Salzkonsum ein. Was schädigt denn den Darm eigentlich noch? Und hier gibt es auch wieder Fakten, die bewiesen sind. Viele Umweltfaktoren natürlich. Psychischer Stress, physischer Stress, Schwermetalle, Toxine, Übergewicht, Antibiotika, viele Schmerzmittel, NSAIDs beispielsweise, aber auch Allergien oder auch Nährstoffmängel können dazu beitragen, dass unser Darm dann richtig schön undicht wird. Was können wir denn jetzt tun, um unser Leaky Gut-Syndrom zu heilen? Und hier ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach dem Darm das richtige Futter anbietet. Und hier geht es weg von den einfachen Kohlenhydraten hin zu den komplexen Kohlenhydraten. Komplexe Kohlenhydrate, Ballaststoffe enthalten mehr als zwei Zucker. Und ja, ich weiß, viele Patienten, die schon Darmprobleme haben, vertragen diese Ballaststoffe nicht. Aber dazu sage ich gleich nochmal was. Es gibt eine schöne Studie, die zeigt, Steigerung von Ballaststoffen von 19 auf 29 Gramm pro Tag über sechs Monate senkt den Zonulinwert. Zonulin ist der Wert, der uns zeigt, ist die Darmbarriere hier dicht oder undicht. Wenn man das über sechs Monate macht, dann bekommt man dieses Ergebnis. Und welche Ballaststoffe sind gut geeignet? In erster Linie mal Arabinose. Die ist enthalten in Akazienfasern oder auch Inulin, sogenannte Fruktane. Und dann haben wir noch die Fructo-Oligosaccharide, FOS, oder die Galacto-Oligosaccharide, die GOS. Also diese vier Stoffgruppen, Ballaststoffgruppen, die sind ganz, ganz besonders geeignet. Bitte passen Sie auf, wenn Sie eine Fructoseintoleranz haben, dann verdragen Sie die Fructo-Oligosaccharide nicht gut, verdragen Sie auch mein Mukoaktiv nicht gut. Und was können Sie hier machen, wenn Sie noch zusätzlich Pflanzenstoffe einnehmen möchten? All das sind wissenschaftlich validierte Daten. Quercetin beispielsweise funktioniert gut oder der Grüntee-Extrakt, die Epigallocatechin. Oder auch Berberin oder auch Curcumin, hier natürlich in der liposomalen Form sehr, sehr geeignet, um ein Leaky Gut-Syndrom herunterzubringen, weil es über die liposomale Form dann gut eindringen kann. Link ist auch unter diesem Video. Das Wichtigste, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, bauen Sie Ihre Darmflora auf, investieren Sie in einen Darmtest, damit Sie wissen, habe ich zu wenig gute Bakterien, habe ich zu viele schlechte Bakterien, wie ist meine Eiweißverdauung, wie ist meine Fettverdauung, habe ich zu viel Stärke, esse ich zu viel Zucker, wie ist mein pH-Wert, ist meine Darmschleimhaut schon gereizt? All das sind Parameter, die unglaublich wichtig sind und die Ihnen wirklich Jahre, Jahre an herumstochern und ausprobieren sparen können. Ich hatte selbst in meiner Jugend Darmprobleme seit meiner Kindheit, ich weiß wirklich, wovon ich hier spreche. Nehmen Sie gute Ballaststoffe, wenn Sie die Ballaststoffe nicht vertragen, dann müssen Sie die langsam anfangen. Auch hier wieder die Aufforderung, Sie brauchen dann einen Stuhltest, vielleicht brauchen Sie auch einen SIBO-Test. Die beiden Teste geben dann Auskunft darüber, ob Sie ein Problem haben, wo das Problem sitzt. Und schauen Sie einfach unter diesem Video, ich habe Ihnen ein paar Tests verlinkt, die hier von Vorteil sein können, damit Sie wissen, was los ist. Und ich helfe Ihnen auch gerne, wir haben eine Darm-Community, es gibt einen Darm-Aufbau-Kurs. Aber es ist erstmal nicht wichtig, wichtig ist, dass Sie mal wissen, wo steckt mein Problem. Und die Kostumstellung, die sollte dann nach und nach erfolgen, also nicht plötzlich, denn es gibt meistens Probleme. Schleichen Sie das alles langsam ein und lassen Sie erstmal die schlechten Nahrungsmittel weg. Es gibt auch eine super, super Studienlage dazu, dass Menschen, die sich halt im Wesentlichen von Fertigkost ernähren, dass es denen einfach viel, viel besser geht, wenn sie einfach nur auf eine gute Ernährung umsteigen, eine gesunde Ernährung umsteigen, wenn sie anfangen, selbst zu kochen. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie dieses Video teilen. Danke auch an meine Kanalmitglieder. Wir sehen uns beim nächsten Live. Schwerpunkt wird sicherlich hundertprozentig der Darm sein. Und dann freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten beim nächsten Video. Danke fürs Zusehen und bis bald.